Also nebendran haben wir aufgebaut, diese Bühne mit dem Vorhang. Das soll das dreigeschossige Gebäude über dem Erdgeschoss darstellen. Also jetzt macht er den Fehler beim Löschen. Und das passiert in Ihrer Küche. Sie stehen direkt davor und man sieht, jetzt brennt die Dunstabzugshabe, das Küchenkastel oder die Couch daneben, wo unser Mannekenauto sitzt. Die Baseball-Cup hat auch schon vorher gefahren. Sollen in der ersten Reihe noch alle Wimpern dran? Nein, aber schön waren es. Das ist deutlich spürbar. Die müssen wir besser gehen. Wir simulieren Zusammenarbeit, Berufsfeuerwehr, Freiwilligefeuerwehr. In den Stadtrandgebieten ist es so, dass die Gerätehäuser der FFF um den Stadtrand sozusagen rundherum sind. Und die Wachen der BF eher zentral. So dass es also durchaus Bereiche gibt, wo die FFF ist Berufsfeuerwehr. BF ist Berufsfeuerwehr, FFF ist freiwillige Feuerwehr, wo die also vor uns da sind. Jetzt haben wir hier den Gruppenführer des ersten treffenden Fahrzeugs. Der kontrolliert jetzt einmal und erkundet, macht sich kundig, was ist da los. Und jetzt gibt er dann gleich seine Einsatzbefehle an die Jungs. Das heißt, im Zweifel, möglicherweise könnte es auch sein, dass es noch Verpuffungen gibt. Und dass, wenn der die Tür öffnet, zusätzliches Sauerstoff reinkommt.